servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem video alle legendären essenzen bzw kräfte die ihr mit patch 9.1 auf einen neuen item slot packen können sprich es wird für ein paar legendaries möglich sein dass sie anstatt zwei slots drei slots haben also drei mögliche slots wo ihr sie drauf packen können und wir gehen in diesem video für jede klasse jedes legendary durch also die komplette übersicht kurz vorweg ich hoffe man hört im hintergrund kein regen plätschern hier ist gerade wo ich das video aufnehmen wirklich land unter und da ich ein nettes dachgeschoss habe und keinerlei möglichkeit habe zu fliehen und es auch nicht aufhören und meine zeit eng wird hoffe ich einfach muss so laut sprechen dass man es vielleicht übertönt also fangen wir an todesritter blutrote runenwaffe geht zukünftig auch auf die waste also auf den gürtel slot dann haben wir die ability phobische pheromone heißt das auf deutsch geht zukünftig nicht nur auf kopf und schultern sondern auch auf den nacken und dann haben wir noch die wut des eisigen champions geht auf die handgelenke hände und zukünftig auch auf den rings slot ich werde jetzt nicht einzeln durchgehen was welche fähigkeit macht denke das wisst ihr selber wenn ihr die klasse spielt aber die änderungen sind denke ich ganz interessant dunklere natur geht zukünftig bei dem hunter auch auf die beine und wir haben das teufels bombardement was auch auf den hals geht nicht nur auf kopf und schultern droide sind mehrere dabei einmal das auge der furchteinflößenden symmetrie geht auch auf den nacken wir haben den urzeitlichen arcan pulsar für die eulchen geht jetzt auch auf finger dann haben wir naturals orders will geht auch zukünftig auf die arm schienen und wir haben üppige infusion schultern neu ist der rücken und dazu die hände dazu sei gesagt das ganze geht erst wenn 9.1 online geht also ihr müsst dann schon bis mittwoch also bis morgen noch warten zielsicherheit der adler kralle neuer slot sind die hände bei nessing various fallenapparat das den könnt ihr zukünftig auch auf den nacken klatschen wir haben die durchbohrenden fänge des rilak jägers geht zukünftig auch auf die beine und ebenfalls auf den rings slot gehend die seelenschmiede glut ja soweit so gut haben wir den magier fiebernde zauberformel neuer slot sind die hände neu auf den nacken ist das legendary grausige eiszapfen und sturmladung geht zukünftig auf die hände monk windwalker freude des beschwörers neu auf dem rücken wir haben kiefers himmelsgriff nacken und sturmbräu letztes fass gürtel kommen wir zum paladin abendrot und morgenrot nacken also amulett quasi dann bei dem nächsten legendary herrschaft der endlosen könige da gibt scheinbar noch eine größere änderung geht nicht mehr auf hände sondern dafür auf nacken brust die beiden symbol neu und weiterhin auf die handgelenke wir haben schwung des frontkämpfers geht neu auf die füße beim priester neuer slot für göttliches abbild auf dem rücken und die zwillinge der sonnenpriesterin gehen zukünftig auf den nacken zusätzlich also ihr seht es geht immer so nach dem selben motto wir haben entweder rücken nacken finger das sind so die slots hände sind mal dabei mal beine aber meistens sind so geschichten wie der umhang oder das amulett oder der ring wo was neues dazu kommt beim schurken erinnerung an akaris seelen fragment nacken wo wir beim thema wären und jetzt übrigens rücken für verdammtes klinge und finger ring essenz des blutzahns wer hätte es gedacht scharmane tief verwurzelte elemente geht jetzt auch auf die handgelenke dann haben wir das legendary tiefenbeben stein geht dann auch auf den ring und wir haben schicksalswinde für den umhang also den rücken implosives potenzial warlock fähigkeit geht zukünftig auch auf die hände das relikt der dämonischen synergie geht zusätzlich auf den rücken und zu guter letzt haben wir noch den krieger waghalsige verteidigung neu ist auf den gürtel zu machen wir haben seismischer nachteil nachteil lol seismischer nach also um neu auf den füßen und letzte fähigkeit außer kontrolle geht auf den kopf nicht nur auf die armen schienen und auf die hände also ihr seht einige änderungen dabei für jede klasse und für jeden speck etwas persönlich finde ich ganz gut hat man einfach ein bisschen mehr auswahl schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet wenn euch das video gefallen hat und geholfen hat das gerne ein like unten abo da aktiviert die glocke und damit würde ich sagen bis zum nächsten video bleibt gesund habt eine gute zeit reingehauen